Herzlich willkommen im X-Lab. Ich bin heute draußen für ein ganz spezielles Thema und ich hoffe, es stirbt nicht zu sehr. Ab und zu fahren Autos vorbei, aber ich wollte diesmal live aufnehmen und nicht aus dem Off. Es geht heute um Belichtungsmessen. Belichtungsmessen ist so ein Thema, das natürlich in der analogen Fotografie ganz groß war und wo in der digitalen Fotografie so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ich möchte aber in mehreren Videos zeigen, wo man tatsächlich auch Belichtungsmesser verwenden kann und wo sie wichtig sind. Das heißt Bereiche, wo sie Sinn machen. Natürlich kann man sagen, die digitalen Kameras, ich sehe doch das Display, ich brauche doch kein Belichtungsmesser. Ich kann doch mit dem Histogramm arbeiten, da kann ich doch die Belichtung richtig einstellen. Ich brauche sowas nicht. Und das stimmt in vielen Bereichen natürlich schon, aber es gibt schon einen Unterschied. Und vor allen Dingen, wenn Sie in bestimmten Bereichen arbeiten, sollten Sie zumindest wissen, wann es vielleicht sinnvoll sein kann, doch einen Belichtungsmesser zu verwenden. In diesem Video möchte ich das Zonensystem vorstellen und zwar einmal, weil ich auch mit analoger Fotografie arbeite. Aber keine Angst, heute geht es nicht ausschließlich um analoge Fotografie. Ich zeige, wie man das Zonensystem bei digitaler Fotografie anwendet. Und dann habe ich natürlich noch andere Themen auf Lager, wo man mit Belichtungsmessern arbeiten können sollte. Für meine Serie über Belichtungsmessung und über Belichtungsmesser habe ich die Firma Gossen angefragt, weil ich wollte ein vernünftiges und auch zurzeit erhältliches Gerät für meine Präsentation haben. Ich habe einen Belichtungsmesser, aber der ist schon lange nicht mehr im Handel erhältlich. Darum also hier dieses Gerät, das ist ein Leihgerät. Das ist keine bezahlte Werbung. Trotzdem muss ich unter das Video Werbung schreiben, um zu vermeiden, dass es irgendwie Ärger gibt. Wunderbar. Dieser Gossen, mit dem ich hier, das ist der Starlight 2, also ich glaube, das ist eines der Spitzenmodelle. Das ist ein Belichtungsmesser, der kann eigentlich alles bis auf Farbmessung. Also er kann keine Farbtemperatur messen, das sind dann Kolorimeter. Aber ansonsten kann man damit alles machen. Das Wesentliche sind ja eben die zwei Messmethoden, Lichtmessung und Objektmessung. Dazu benutzt man hier oben diesen Bereich mit der Kalotte. Dieses weiße Ding nennt sich Kalotte. Und diese Kalotte ist für die Lichtmessung da. Wenn die ausgefahren ist, das wäre hier die erste Position. Von diesem Drehrad. Dann messe ich 180 Grad ankommendes Licht. Also ich messe am Objekt Richtung Kamera und kann dann die Helligkeit am Objekt messen. Auf diese Messmethode gehe ich noch in einem gesonderten Video ein. Ich habe darüber auch schon Videos gemacht. Man kann diese Kalotte auch zur Lichtquellenmessung verwenden. Dazu wird die zweite Position verwendet. Die Kalotte wird dann eingefahren, dass sie praktisch eben ist mit dieser Umrandung. Und jetzt wird nicht mehr 180 Grad Lichteinfall gemessen. Jetzt kann man direkt zum Beispiel Blitzgeräte oder Lichtquellen direkt anmessen, um die Unterschiede der Helligkeit zu messen. Auch das werde ich noch in einem gesonderten Video zeigen. Und die beiden Objektmessungen, also Objektmessung ist das, was die Kamera von Hause aus macht. Eine Kamera kann keine Lichtmessung machen. Die mache ich, also die Objektmessung, mache ich mit den beiden Einstellungen 5 Grad und 1 Grad. Dafür gibt es hier so einen, ich zeige das mir hier auf der Seite hier, das ist so eine Art Sucher. Da kann ich durchschauen. Und dann sehe ich einen kleinen und einen großen Kreis. Der kleine Kreis ist die 1 Grad Spotmessung. Der große Kreis die 5 Grad Spotmessung. Und dann kann ich, und das ist für Architektur und Landschaft wichtig, dann kann ich bestimmte Bereiche in meinem Objekt messen. Zum Beispiel, wenn ich einen Wald fotografiere, die dunklesten Stellen im Wald und den Himmel oder bestimmte helle und dunkle Bereiche ganz gezielt anmessen. Und kann diese Messwerte speichern. Das sind also die grundsätzlichen Messmethoden. Und dann gibt es natürlich jede Menge Funktionen, mit denen man die speichern kann, mit denen man Mittelwerte messen kann und so weiter. Das werde ich dann in weiteren Videos demonstrieren. Heute geht es aber um das Zonensystem. Das Zonensystem wurde, so viel ich weiß, von Ansel Adams entwickelt. Und da geht es darum, dass Ansel Adams eine optimale Möglichkeit gesucht hat, wie man eine Landschaft oder ein Objekt so messen kann, dass man mit der Belichtung eines Negativfilms, normalerweise schwarz-weiß damals, und der passenden Entwicklung und Vergrößerung das Optimale an schwarz-weiß- und grauen Stufen aus dem Bild herauskuchen kann. Also wie man alle wichtigen Informationen erhalten kann. Heutzutage kann man das natürlich auch in der Digitaltechnik sehr gut verwenden, was ich hier in diesem Video zeigen möchte. Die Zonen sind eingeteilt in 1 bis 10. Zone 1, das sind die dunklen Schatten, die keine Zeichnung mehr haben. Zone 2 und 3 sind die Schatten, die Zeichnung haben, also die etwas helleren Schatten. Und Zone 10 sind die weißen Bereiche. Zone 9 und 8 sind die weißen Bereiche oder hellen Bereiche, die Zeichnung haben. Zone 5 ist die mittlere Zone und die wird auch für die Belichtung verwendet. Man geht jetzt in der Praxis so vor, dass man zuerst einmal den dunkelsten Bereich misst, der Zeichnung haben soll. Das ist in der Analogfotografie, weil die Analogfilme haben im dunklen Bereich eher die Probleme, zumindest die Negativfilme. Und in der digitalen Fotografie macht man es andersrum. Da sind die kritischen Bereiche in den Lichtern. Deswegen misst man zuerst die Lichter, also die Zone 8 und 9, definiert damit den Bereich, der noch Zeichnung haben soll. Danach misst man andere Bereiche, teilt das in die Zonen auf und das Gerät ermittelt einen Mittelwert, mit dem ich dann belichten kann. Das ist grundsätzlich die Vorgehensweise. Man kommt auf das Zonensystem hier, wenn man die Dauerlicht-Taste drückt und dann mit dem Drehrad so lange dreht, bis hier unten die 10 Zonen erscheinen. Und dann ist die Vorgehensweise ganz einfach. Ich mache mit dem M-Auslöser eine Belichtung meiner Lichter bei der Digitalfotografie, in der Analogfotografie die Belichtung meiner Schatten. Dann habe ich den Wert 5. Den Wert 5 setze ich dann auf meine gewünschte Zone. Also jetzt in unserem Fall wäre das Zone 9. Und danach mache ich verschiedene Kontrastmessungen, also dunkle Bereiche, helle Bereiche, mittlere Bereiche. Und wenn ich fertig bin, dann gehe ich wieder auf meine Dauerlicht-Taste und drehe so lang, bis mir die Zeit und Blende angezeigt werden von dem Mittelwert. Und das ist dann den Wert, mit dem ich belichte. Und was das bringt und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt. So, ich habe hier auch schon meine Digitalkamera, nicht dass Sie denken, heute ist nur Analogtag. Obwohl bei mir immer mehr Analogtage dazukommen. Sie könnten jetzt natürlich auch sagen, okay, wenn ich schon draußen bin und ich habe nicht so richtig den Überblick, weil so ein helles Display kann man nicht erkennen, dann mache ich doch einfach eine Belichtungsreihe. Das stimmt und das ist auch sehr gut zu machen in der Digitalfotografie. Das heißt, Sie machen einfach mal von dunkel bis hell und dann haben Sie schon die richtige Belichtung dabei. Das Zonensystem ist aber nicht nur dazu da, die richtige Belichtung zu finden. Das Zonensystem ist auch dazu da, um festzustellen, ob vielleicht der Kontrastumfang zu hoch ist. Also wenn ich zum Beispiel in den Lichtern, also im Himmel zum Beispiel, die Wolken erkennen möchte und dann in einem sehr dunklen Bereich auch die Schatten erkennen möchte, dann kann es sein, das packt die Kamera gar nicht. Das heißt, allein durch Messen mit dem Zonensystem ist es nicht so, dass ich plötzlich alles auf den Sensor kriege. Ich kann damit auch feststellen, ob der Kontrast vielleicht zu hoch ist und bei Film ist es natürlich noch krasser, weil Film hat nicht so einen hohen Dynamikumfang. Gut, dann könnten Sie natürlich sagen, ja gut, dann mache ich HDR. Das heißt, ich mache aus mehreren Belichtungen eine und dann passt das. Das stimmt, das ist auch richtig, aber als Architekturfotograf oder als Landschaftsfotograf möchte man nicht immer alles mit HDR machen, weil man unsicher ist, ob man richtig belichten kann. Und jetzt kommt der Belichtungsmesser ins Spiel und ich zeige jetzt, wie man die Belichtungen macht und mit welchen Schritten und wie man dann die richtige Belichtung ermittelt. Wir haben heute so ein bisschen das Problem, das haben Sie aber sicher öfters, wenn Sie draußen fotografieren, im Moment ist Schatten. Das ist gut für die Aufnahme hier als Video, aber zwischendurch kommt die Sonne raus und dann ändert sich natürlich alles, sowohl die Helligkeit als auch der Kontrast. Und das möchte ich aber mit diesem Belichtungsmesser berücksichtigen. Der Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie im Zonensystem ist der Anfang. Man beginnt in der analogen Fotografie, da ist ja das Problem eher der unterbelichtete Teil, also die dunklen Bildbereiche. Da beginnt man eben mit der dunkelsten Stelle, die noch Zeichnung haben soll. Die wird zuerst gemessen und die ist dann Referenz. In der digitalen Fotografie ist es umgekehrt. Da sind die kritischen Bereiche in den Überbelichtungen. Das heißt, da wird zuerst die hellste Stelle gemessen, in der Zeichnung sein soll. Und die ist dann Referenz, also Zone 9 oder Zone 8. Und dann geht es weiter. Und dann wird gemessen und dann wird gemittelt. Und das kann das Gerät eben auch leisten. Ich werde jetzt das Gerät auf den 1 Grad Messsucher, also für Objektmessung, einstellen. Und ich werde jetzt verschiedene Bereiche anmessen und ich erkläre, was ich mache. Und ich trage das in eine Liste ein, sodass wir nachher unseren optimalen Belichtungswert finden können. Los geht's! Ich werde jetzt zuerst die hellste Stelle messen. Und das ist zwischen den Pfeilern hindurch der Himmel und zwar dort, wo die Wolken sind. Wir haben gerade bedeckt, das bedeckte Himmel, das ist sehr schön. Wichtig ist, man muss erst mal mit dem M messen. Die erste Messung macht man mit dem M-Knopf. Dann bekomme ich einen Wert, der heißt 5,0. Der ist jetzt als Mittelwert eingestellt. Und den, den will ich ja sehr hell haben, den stelle ich jetzt auf 9 oder 10. Wir stellen ihn mal auf den Wert 9. Das ist jetzt die Zone 9. Und jetzt müssen wir nicht mehr mit M, sondern mit AV weitere Belichtungen machen. Ich versuche jetzt mal den dunkelsten Punkt zu erwischen. Das ist hier im Schatten an den Pfeilern. Und wir sehen, der dunkelste Punkt liegt jetzt bei Zone 2,5. Also ist gar nicht so extrem dunkel. Das geht. Und jetzt mache ich noch ein paar Sicherheitsmessungen von anderen dunklen Punkten, die aber alle irgendwie dann dazwischen liegen. Wir haben also keinen Punkt, der noch dunkler ist. Ja, alles liegt mehr oder weniger in diesem Bereich. Ich habe jetzt 5 Messungen gemacht. Und wenn ich jetzt meinen gemessenen Mittelwert, den ich dann für die Belichtung brauche, verwenden möchte, drücke ich auf Dauerlichtmessung und Dreh am Rad. Jetzt haben wir hier eine 8. Sekunde Blende 16. Wir können natürlich hier auch jetzt auf eine 30. Sekunde oder auf eine 60. Sekunde Blende 8. Bei ISO 200 ist es natürlich die 125. Blende 8. Und das fotografiere ich jetzt die 125. Blende 8. So, und jetzt sieht man, das Bild ist relativ dunkel. Das liegt einfach daran, weil wir uns dafür entschieden haben, dass wir Zeichnungen in den Wolken haben wollen. Und da sieht man schon, das ist relativ krass. Also die Wolken sind so hell, dass der Rest relativ dunkel eingestellt wird. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, im RAW-Converter hier mehr aus dem Bild herauszuholen. Ich mache jetzt noch eine zweite Belichtung und die ist so, wie ich das auf dem Display gut finde. Und wir vergleichen das dann in der Bildbearbeitung. Wenn ich das so machen wollte, wie es meine Kamera für richtig hält, dann hätte ich 50. 5,6. So, das ist die 50. 5,6. Und wir schauen, ob wir da noch was aus den Wolken rausholen können. Ob wir es wollen, ist natürlich eine andere Frage. Einfach mal, um zu sehen, was der Unterschied ist zwischen einer Messung mit Belichtungsmesser und einer Messung mit der optischen Kamerabeurteilung, der Displaybeurteilung. So, schauen wir uns die beiden Aufnahmen mal nebeneinander an, beziehungsweise vergleichen wir mal beide Aufnahmen. Dies hier ist die Aufnahme, die ich nach dem Zonensystem aufgenommen habe. Und wahrscheinlich denken Sie, was ich im ersten Moment auch gedacht habe, Mist, das ist wohl schief gelaufen. Aber das stimmt nicht, das werden wir gleich sehen. Und das ist die Aufnahme, die ich so nach Display gemacht habe. Die sieht recht ordentlich aus. Und ich denke, da kann man auch noch einiges aus dem Bild rausholen. Fangen wir mal mit der zweiten Aufnahme an, also der nach Display. Und was würde man hier machen, um den Kontrast ein bisschen zu vermindern? Ich würde mal die Lichter zurückholen. Hier sieht man aber auch schon gleich, dass die Lichter hier überbelichtet sind. Also hier bekomme ich wahrscheinlich nicht mehr viel aus dem Bild raus. Ich probiere es trotzdem. Natürlich könnte man sagen, will ich auch gar nicht. Der Himmel kann weiß sein, dann ist es ja okay. Aber mir geht es jetzt darum, eine ausgewogene Aufnahme zu erreichen. Ich reduziere mal die Lichter ein bisschen. Die Tiefen mal ein bisschen hochfahren. Da kriege ich also einiges raus aus den Tiefen. Das ist kein Problem. Dann die Belichtung ein bisschen hochfahren. Was könnte man noch machen? Den Kontrast verstärken, dass das Ganze so ein bisschen kräftiger aussieht. So, und lassen wir es mal, also Klarheit und sowas lasse ich jetzt weg. Weißab gleich auch. Einfach nur die Tonwerte korrigieren. Wir sehen also, wir kriegen in den Schatten hier einiges aus dem Bild raus. Ich zoome mal ein bisschen rein in die Schatten. Also das ist ja die Fuji X-T2. Und die ist eigentlich auch in den Schatten hier recht gut. Also ich bekomme hier einiges zurück. Wunderbar. Nur eben in den Lichtern, da fehlen die Tonwerte. Das wäre das Ergebnis nach Kameradisplay belichtet. Und jetzt schauen wir uns mal die andere Aufnahme an. Und da denkt man im ersten Moment, das wird schwierig. Das ist alles sehr dunkel. Da bekomme ich nichts mehr aus den Schatten raus. Schauen wir es uns mal an. Als erstes gehe ich mal in die Lichter und fahre die mal runter. Und da sehen wir, auch wenn ich die Belichtung hochfahre, hier ist im Himmel Wolken und blauer Himmel noch zu erkennen. Also so wie wir das im Zonensystem auch eingestellt haben. Wunderbar und sehr schön, alle Details im Hintergrund zu erkennen. Ja, und jetzt ist natürlich der Rest ein bisschen dunkel. Also gehen wir mal mit den Tiefen hier ein bisschen hoch. So. Ja, relativ gut. Das ist jetzt schon dicht an HDR vom Look her. Aber wir sehen, dass wir hier auch verdammt viel rauskriegen. Also wir haben hier auch in den Tiefenbereichen, die eigentlich Schatten sind, noch Informationen. Wir erkennen also hier noch die ganzen Strukturen und die Nieten hier im Metall. Das sieht also alles ganz klasse aus. Wir haben hier hinten Zeichnung und wir haben Zeichnung im Himmel. Das andere Bild sieht kontrastreicher aus, obwohl ich es eigentlich richtig belichtet habe. Ich habe die Tiefen hier schon fast komplett hochgezogen. Ich müsste also hier noch ein bisschen mit der Belichtung spielen. So, dann bekomme ich ein ähnliches Bild. Ja, das ist ein bisschen kontrastreicher. Können wir hier auch noch ein bisschen den Kontrast hochfahren. So, und jetzt habe ich hier beide Aufnahmen, die eigentlich recht ähnlich sind. Nur, dass die erste Aufnahme, die wir hier mit dem Zonensystem aufgenommen haben, dass wir hier im Himmel und in den weißen Bereichen im Hintergrund viel mehr Zeichnung haben. Das Bild ist insgesamt meiner Meinung nach ausgewogener. Das erreicht man also mit dem Zonensystem und mit einem professionellen Belichtungsmesser. Jetzt könnte man aber sagen, na gut, alles schön und gut, aber ich kann es auch viel einfacher machen. Es gibt auch die berühmte Regel Exposed to the Right. Das bedeutet, ich belichte auf die Highlights mit dem Histogramm in der Kamera und kann dann auch dafür sorgen, dass meine Lichter nicht ausfranzen oder nicht ausbrechen und nicht überbelichtet werden. Theoretisch ja, in der Praxis und in diesem Beispiel hier ist es schwierig. Wenn wir uns mal das Histogramm der Kamera anschauen, dann sehen wir bei der normal belichteten Aufnahme, dass wir sehr viele dunkle Bildbereiche trotzdem noch haben und es gibt ganz rechts im Bild eine Überbelichtung, die ganz rechts durch diesen farbigen Balken symbolisiert wird. Hier sieht man also deutlich, dass der Dynamikbereich für die Kamera zu groß ist. Aber auch hier bei dem Bild, das wir über das Zonensystem erstellt haben, ist die ganze Sache nicht einfacher oder besser. Das Display zeigt einfach nur, dass die dunklen Tonwerte hier noch dunkler sind. Wir sehen aber nach wie vor am rechten Rand die Überbelichtung und das resultiert daraus, dass die Histogramme immer nur die 8-Bit-Vorschau zeigen. Das heißt, hier wird nicht angezeigt, was in der RAW-Datei noch drin ist, also was man aus der RAW-Datei rausholen kann. In diesem Fall ist es also wenig hilfreich, weil selbst diese Aufnahme, die eigentlich in Ordnung ist, immer noch Überbelichtung indiziert. So, ich denke, dieses Beispiel hat gezeigt, dass es manchmal sinnvoll sein kann, mit Belichtungsmessern zu arbeiten, besonders wenn Sie Architektur oder Landschaft fotografieren und wenn Sie sicher gehen wollen, bestimmte Tonwerte im Bild zu haben und natürlich auch in der analogen Fotografie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen aus dem X-Lab diesmal hier aus Spandau unter einer schönen Brücke an der Havel, würdiger Schestag.